Mein Name ist Nadine Heiter, ich bin Channel Account Manager bei der Firma Bühler Motor. 2008 habe ich die Betreuung und Entwicklung unserer europäischen Vertriebspartner übernommen. Hier bei Bühler Motor arbeiten wir in allen wichtigen Ländern eng mit Sales Partnern zusammen und können somit unseren Kunden vor Ort unseren besten Service und Support bieten. Weltweit agieren wir mit 21 Vertriebspartnern in den 22 wichtigsten Industrienationen. Ein klarer Vorteil in der Zusammenarbeit liegt darin, dass Sales Partner die Sprache, Kultur und die Märkte kennen und wir so von ihnen lernen und gemeinsam wachsen können. Wir unterstützen unsere Sales Partner wiederum mit Know-how in den Bereichen Anwendungen, Produkte und Marketing und in den Fokus Märkten mit einem Business Development Ansatz. Was das genau bedeutet? Ein Business Development Manager, der zum Beispiel Experte in seinem Markt Gebäudeautomatisierung ist, wird bei spezifischen Anfragen zu Automatiktüren hinzugezogen, um den Sales Partner bei der Produktentwicklung optimal zur Seite zu stehen. Um diese wertvollen Kooperationen zu stärken, gibt es einen regelmäßigen Austausch und Abstimmungen sowie Sales Partner Events. So können wir unseren weltweiten Kundennetzwerk gerecht werden und die optimalen Antriebslösungen sicherstellen. Das Spannende an meiner Tätigkeit sind die täglichen Herausforderungen. Enge Abstimmungen der Projektanforderungen, Austausch der Marktbeobachtungen, zeitnahes Feedback der technischen Machbarkeiten, Konzept- und Angebotsunterbreitung, Gespür für den Kunden und der Spaß am interkulturellen Austausch.